Warum heißt er so? Ein Professor namens Müller, der aus dem Thurgau kam, züchtete in Geisenheim eine Volksrebsorte. Und diese Rebsorte wurde 1913 nach ihm benannt. Nach Herrn Müller aus dem Thurgau. Dafür kreuzte er Riesling und Silvana. Das dachte er auf jeden Fall und viele nach ihm auch. Deswegen nannte man die Rebsorte auch Riewana. Riesling und Silvana. Das war aber falsch, wie man heute weiß. Die Eltern des Müller-Thurgaus waren Riesling und Madeleine Royal. Fehler erkannt, Name hat Bestand. Wie viel? Viel. Müller-Thurgau macht allein in Rheinhessen 15% der Rebfläche aus. Das ist so viel wie nirgendwo anders auf der Welt. Fast 4100 Hektar. Das entspricht 4100 Fußballplätzen. Der Müller-Thurgau hat nach wie vor in Rheinhessen eine große Bedeutung und liegt nach dem Riesling auf Platz 2. Warum? Okay, Müller-Thurgau hat vielleicht nicht die große Reputation wie seinen noblen Weißweinkollegen. Aber er ist sehr populär. Lieschen Müller fährt voll auf den Müller ab. Müller-Thurgau steht ebenso im Supermarkt in Kassropf-Rauxel als auch als alte Reben-Edition beim Feinfachhändler in Hamburg. Was braucht der Müller im Weinberg? Er ist eigentlich ganz genügsam. Im Anbau recht unkompliziert, mit stabilen Erträgen auf hohem Niveau. Er liebt nährstoffreiche Böden und kühle Lagen. Ansonsten hat er nicht viele Ansprüche ans Klima und reift gerne früh. Woran erkenne ich Müller-Thurgau im Weinberg? Das ausgewachsene Blatt ist mittelgroß und fünfflappig, tief gebuchtet und stark gewellt. Die Traube ist mittel bis groß, konig und oft geschultert. Die Beeren sind mittelgroß oval, gelblich bis grün gefärbt. Wie erkenne ich Müller-Thurgau im Glas? Er duftet einfach. Zitrone, Muskat, grüner Apfel oder auch grüne Paprika. Tolle Jahrgänge duften nach Limette und Minze. Zeigen ihre Aromenvielfalt von Mango und Maracuja bis hin zur schwarze Johannisbeere. Auch und ganz besonders der junge Müller-Thurgau überzeugt den Weinkenner. Wen begleitet er gerne? Müller-Thurgau-Weine passen gut zu Fisch oder leichten Speisen. Und er schlüpft mehr und mehr in eine neue Rolle. Als fröhlich vergnügter Seko erlebt der Müller-Thurgau gerade ein Revival der ganz besonderen Art. Das Fazit? Müller-Thurgau alias Rivana. Zwei Namen, die für den einen Big Player aus Rheinhessen stehen. Sein leichtes Understatement verhindert nicht, dass er mit seinem Duft und seinen Aromen verzaubert. euer Beinemens. Müller-Thurgau-Weine. Das Fazit wird das Auspett. Ich bin ein Wißt 2-Hinschub. Das Auspett wird das Auspett. Das Auspett wird das Auspett. Das Auspett wird es für den ersten Auspett. Aber was erinnert?